Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Let's Buy von Star Stable Online. Ihr habt abgestimmt und ihr habt entschieden, welches Pferd in diesen Stall, in diesen Stall, in meinen Stall kommt. Und zwar handelte es sich um die Rasse Trakena und ihr habt euch für den Grauen auf dem Silverglade Landgut entschieden. Für das wunderhübsche Pferdchen hier. Es ist so wunderhübsch, ich bin begeistert. Ich finde es voll schön und ich finde es immer noch voll schade, dass sie es immer noch nicht gefixt haben. Der kostet auch nur 750 und ich rutsche wieder unter 7000 Starkweins, ey. Was habe ich denn jetzt hier noch für... Ne. Finde ich eigentlich ganz süß, der Name. Soll ich den nehmen? Welchen auch immer? Dream Rocket. Das ist die Traumrakete. Traumrakete. Willkommen in meinem Stall, Dream Rocket. Okay, ich bin fertig. Wie sieht es mit dir aus? 20. 21. Du bist nicht mal eingeloggt. Ja, weil es noch lädt. 22. Dann locke ich doch schon mal ein. Okay. Kannst dich aber eh noch nicht einladen. So. Ne, aber da müssen wir nicht warten, bis du eingeloggt bist. Dann holen wir mal ein Pferdchen von der Koppel, beziehungsweise... Doch, ja, von der Koppel. Ähm, ja. Ich kann ja schon mal, ich kann ja schon mal ein bisschen, ein bisschen quatschen. Und zwar, ähm, habe ich jetzt letztens gesehen, dass, äh, Star Stable die Assetik- beziehungsweise Shinto-Tik-Ponys überarbeitet. Hat das nämlich ein und dieselbe Rasse? Ne, Yuki? Lass mich. Es ist und bleibt ein und dieselbe Rasse. Und, ähm, die wurden jetzt genau wie die Jorvik'schen Ponys überarbeitet. Und ich bin sehr froh eigentlich. Oder habe ich die? Nein, ich muss das letzte Assetik-Pony vorher noch kaufen. Da habe ich noch eins, das ich noch kaufen muss. Wobei ich ja immer noch finde, dass es ja auch teilweise andere Pferde gibt. Wie kann meine Tasche schon wieder so voll sein, ey? Wobei ich finde, dass es auch einige andere Pferde gibt, die noch einen Remake verdient haben. So. Und, ähm, sie haben auf jeden Fall schon mal confirmed, dass es ein Rapschecken geben wird. Yay! Rapschecken sind super. Hm. Äh, jetzt muss ich wieder... Jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich hier jetzt die Rasse finde. Ganz weit hinten irgendwo. Oh, ich habe eindeutig zu viele Pferde. Ah, hier. Ich habe jetzt schon Tigerheart, Dreamrocket, Crimsonheart, Dark Knight und Danger Tear. Das sind meine Tarrakena, die ich habe. Und ich glaube, es fehlen doch nur noch zwei Tarrakena. Ich habe keinen. Ich habe gar nicht schon viele. Wobei ich mir, glaube ich, bei Dreamrocket auch sehr gut eine Zäpfchenmähne vorstellen könnte. Komm, wartet. Ich glaube, ich gehe da... Was war das denn jetzt? Ja. Okay. Strangest... Ich bin noch so ein anderer Frau. Macht Stranger Geräusche. Nein, wir sind in League of Legends, wo du hin wolltest. Achso. Hast du mich auch darüber geschoben? Ist ja nett. Ja klar. Ich dachte mir, du willst vielleicht nicht unbedingt alleine bleiben. Plötzlich sind wir alle weg. Okay, tschüss. Das war also das Stranger Geräusch, was Discord gerade gemacht hat. Ich gehe mal nach Feargroove Village. Da habe ich nämlich auch einen kleinen Platz in der Nähe, wo man ein bisschen drauf zeigen kann. Und ich freue mich aber auch schon auf die Asseptik-Ponys, obwohl ich finde, dass so andere Pferderassen, Westfale zum Beispiel, ist eher vermiedet. Dänisches Warblut. Zum Beispiel. Hannoveraner. Tinker. Hannoveraner. Hannoveraner. Die brauchen eine Reparatur. Bald. Nicht nur die Hannoveraner brauchen eine Reparatur, sondern auch die Trakener brauchen eine Reparatur. Ganz, ganz dringend. Ja, aber die Hannoveraner sind schlimmer gerade. Ich sehe gar nicht so übel aus. Ich glaube, ich bleibe bei der kurzen. Die sieht doch nicht so gut aus, wie ich es mir vorgestellt habe. 74. Lol. 74 und jetzt 84. Und jetzt 94. Okay. Es wird schneller. Ich hatte gerade noch 94, jetzt 93. Alles klar. Alles klar. Okay. Okay. Ich entwickle mich zurück. Ganz, ganz dringend brauchen die Trakener auch eine Überarbeitung. Denn wie ihr wisst, die Trakener haben ja immer noch das Problem, dass sie sich beinahe die Haxen brechen, wenn sie traben. Und es sieht einfach für Fotos und für Videos nicht schön aus. Wisst ihr, wer ein Remake wahrscheinlich kriegt? Wer? Witcher 1 und 2. Hm. Ich bin mir leid. Ja, kann ich die Spiele auch spielen? Und im Sommer kommt ja die Serie raus. Da bin ich mal gespannt. Meistens sind die Spiele, die verfilmt werden oder eine Serie bekommen, nicht so geil. Ich finde, also der Schauspieler von Superman ist ja Geralt. Ich finde, er ist überhaupt nicht Geralt. Das passt sogar nicht. Nee, das passt wirklich nicht. Er ist halt Superman und Geralt ist halt Geralt. Wie viel Prozent? 100, aber es ist noch nicht fertig. Diese Logik! Ja, das dauert einen Moment. Das denke ich mir auch beim Handy. Wenn dein Handy 100% geladen hat und du nimmst es vom Kabel weg, müsste es doch eigentlich direkt auf 99 springen, weil es ist halt nicht mehr komplett geladen. Weil es hat nun mal Strom verbraucht. Also kann es nicht auf 100 bleiben. Genauso wie es eigentlich nicht möglich sein sollte, ein Handy mit 0% anzeigen zu lassen. Das geht nicht. Ich würde so gerne einen Trakena-Trailrit machen, aber es geht halt einfach nicht, weil wir dann entweder mit den Pferden im Schritt rumeiern müssten oder im langsamen Galopp reiten müssten, weil ich mir den Trab einfach nicht antun will. Naja, abgesehen davon haben weder Link noch ich einen Trakena und ich weiß nicht, wie es mir so aussieht. Ich wollte halt sagen, wir haben irgendwie alle keine Trakena. Ja, dafür machen wir jetzt erstmal am Samstag einen anderen Trailerrit, ne? Was war nochmal Motto? Hausland. Ah ja, richtig. Oh, ich nehme die mit dem schwarzen Pferd mit den... Nee, warte, ich nehme die mit dem... braunen Pferd mit blau? Ach, keine Ahnung. Wie sollen wir das machen? Wir können unseren Pferden keine Strähnen machen. Das ist nicht so wichtig. Hauptsache, das Pferd hat ungefähr die selbe Fälde, aber wie die Figur, die man verkörpern möchte. Und man sieht ungefähr so aus. Okay, warte. Lila, glaube ich nicht, nein. Doch, ich meine schon. Ja, dann kann ich ja mein Ohrpferd nehmen. Vorschläge, Vorschläge. Es gibt kein lilanes Pferd. Bilder. Aber ich level das krass. Es gibt da ein braunes mit... Na gut, es ist lila-pink, aber es ist lila-mähne. Oh, und es gibt hier noch eins. Das ist weiß-grau mit lila. Ha. Aber die sind kein fester Bestandteil von den Lingen. Das Fährteil ist übrigens Chili. Oh, doch, ja, stimmt. Chili. Ja. Ja. Aber das andere, das andere, das dunkle lila hat, das ist, glaube ich, nicht so Chili. Ja, stimmt. Oh, ich weiß, welches ich nehme. Ich nehme dieses Graue mit dem helltürkisblauen. Das ist Pepper. Ich habe dir jetzt schon fünf Einladungen geschickt. Ja, es ist immer noch nicht fertig. Ich kann nicht annehmen. Ich habe aber sonst nichts zu tun. So, das hier ist Dream Rocket. Ich mag ihn. Er ist hübsch. Wir brauchen jetzt noch eine neue Pferderasse, worüber ihr abstimmen dürft. Könnt. Moment, ich muss ja erst mal ziehen. Moment. Einen Moment. So, jetzt kannst du einen Trommelwirbel machen. Nee. Ich packe aus, ich packe aus, ich packe aus. Ein Welch Pony! Yay. Yay. Wir kaufen uns als nächstes wieder einen Welch Pony. Die wahrscheinlich dann mit höchster Wahrscheinlichkeit auch wahrscheinlich dann bald... Wahrscheinlich, wahrscheinlich... Was? ...bald ein Remake bekommen werden. So. Ali, bitte fertig sein. Dann würde ich mal sagen, dann verabschiede ich mich an der Stelle auch schon wieder. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao, ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020